Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Thüringen. Manchmal bist du echt durcheinander, ne? Vielleicht, ja. Heute wieder mit Nick und Helm. Ja, nee, es ändert sich ja auch nichts. Ja, würde ich sagen. Es sind ja eh immer die gleichen. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, vielleicht ist mal Freddy oder so. Ach so, ersatzmäßig. Meinst du, einer von uns wird mal krank? Wenn, zum Beispiel. Wenn ich krank werde, ist halt scheiße. W? Was hast du für ein W geschrieben? Ja, auch so ein W reingeschrieben. Gemeinschaftsaktion. Oh, jetzt muss ich da rückwärts fahren, diese Scheiße hier. Sehen die Zuschauer eigentlich den Ingame-Chat auch? Ja. Oh, oh. Nick, erst wie schnell fährst du mit meinem B-Truck? Okay, gut, da kann man nicht meckern, sonst hätte ich gesagt, spannender auch den neuen... Also nicht den Weg dünnen, ne? Ja, ich versuch's. Wo bist du denn angefangen? Oben bei dem... Wo hast du denn angefangen? Niklas? Oben, wo der Weg reingeht. Beim, äh... Bei der Scheune, unten. Ja, da in etwa. Da kommst du ja echt nicht weit runter, ne? Ich hab' gerade überlegt, ob wir... Warte mal, ich muss mal was nachschauen. Dann überleg' mal, wie viel Wagen das sind, ey, mal. Ich überlege gerade, warte mal, wie viel hat... Das geht gar nicht in das Geld, wenn jeder Wagen 10.000 und kostet? Nein, jeder Wagen kostet 1.500. Strafkammerzeit? Wieso Zeit? Weil ja, vielleicht sind wir wieder auf Null, oder? Äh, von dem Zubringer halt ich viel, ähm... Weiter. Es geht weiter. Aber dann machen wir das jetzt gerade. Ich hab' jetzt meinen Fast leer. Zubringer wäre... Der Grant, oder wie? Genau, dann kauf den, dann hol' ich den Unimog mit dem Dolly... ...und dann fahr' ich das Ding hin und her. Dann muss Helmut halt die beiden gleich selber wegsammeln. Kannst auch mal ein bisschen LKW fahren, Helmut. Naja, ich hab' das ja schon. Okay. Ja. Dann läuft die Aufnahme jetzt wieder. Ja. Okay, läuft wieder. Dann können wir nämlich dann... ...weiterarbeiten. Nicht, dass der Herr meckern ist, wir waren befahren oder so. Achso, ich sollte den Ball mal abwerfen. Ups. Warte mal, habt ihr euch schon drum gekümmert um den, äh... ...um den, habt ihr den Anhänger schon weggebracht? Ja, den hab' ich gerade weggebracht. Ja, dann tue ich mir nämlich jetzt mit Beute hochfahren. Maja. Maja. Oh nein. Was hast du denn mit Maja? Oh nein. Oh nein. Na, äh, bevor ich wegfahre, tue ich ganz kurz, ähm, noch das Diesel-Fass. Wurde es nicht. Mach doch erst mal mit der einen Aufgabe weiter. Ne, weil wir wissen, sonst, sonst braucht es ja jahrelang, bis es die, äh, bis das getrocknet hat, Helmut. Ah, Hilfe, ich hatte ein Leck drin gerade. Ich hatte auch einen. Äh, ich werde jetzt mal die Ballen aufhalten. Ich hab' mir auch gedreht, wie so ein Beklopter. Äh, Slogan hat echt... Da bleibst du bitte stehen. Äh. Äh, ähm... Bei Diverses ist das drin, gell? Ja, dieses Diesel-Ding für 8000 Euro. So, Stroh ist jetzt gleich auch fertig. Maja, wo bist du hier? So, Stroh ist eingesammelt. Äh, ich möchte eine neue Regel. Äh, Jonas, wenn du die Folge siehst, mach bitte die neue Regel. Wer Maja, wo bist du, äh, reinschreibt, äh, kriegt fünf Punkte, äh, fünf Minuspunkte. Ich weiß noch nicht mal, was das mit Maja auf sich hat. Führern sind doch mal wie eine Maja. Ah, Hilfe! Ja, und? Das ist was im 24-Stunden-Stück, weiß was passiert. Das ist ein Insider. Jo, dann ist es doch okay. Ja, fünf Straftaten. Solange... Solange keiner damit anfangen kann, ist das doch alles... In Ordnung für mich. Es ist mehr oder weniger nur Spam. Ach, hier gibt's gar kein Diesel. Wo geht's denn die Tankstelle? Weih nicht. Wo bekommt man Diesel? Da oben. Gibt's hier keine Tankstelle? Muss ich jetzt echt da hochfahren? Huhu. Schon muss ich da hochfahren. Haben wir auf den Hof eine? Ja, hatte ich gedacht, aber das ist keine Tankstelle, das sind nur solche, äh... Tanks. Ach so. Nein, nein, nicht anderes Feld gefahren. Das war nur gestriffen. Aufpassen. Niklas. Das war nur gestriffen, Jonas. Das hast du bei den anderen auch nicht gelten lassen. Wenn das jetzt was geht, dann, äh... Dann ist aber die Hose unten, ey. Du hast auch schon so eine unten gelassene Hose, ey. Ja. Ich hab' auf die Map geguckt, weil ich wissen wollte, ob ich richtig war. Kannst du nachlaufen und der Griechenland überfällt. Dann bleib doch einfach das nächste Mal, wenn du irgendwas gucken willst, stehen. Ja, 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 dann passieren solche Dinge auch nicht. Ja, ich hab's ja nur gestriffen. Das war ja eine Seite. Ja, trotzdem, bleib beim nächsten Mal stehen. Ich hab's dir schon mal gesagt, Niklas. Ja. Bleib beim nächsten Mal einfach irgendwo stehen an der rechten Seite oder nicht. Ja, ich hab's jetzt verstanden. Das will ich sehen. Du haust und zerstrafen rein, die nicht nötig sind. Hey, gut, und ich geh und spüre. Wann bist du morgen da, Ding, Nick? Mal gucken. Wahrscheinlich gar nicht. Ah, okay. Weil heute Abend mach ich nicht mehr Griechenland. Ah, okay. Du bist los. Sonst krieg ich... Ach, das war nix. Du musst ganz genau fahren hier mit dem Öl. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ah, ja. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ah, ja. Das ist bei Minute sieben. Ne, acht und acht. So, wie war das jetzt mit Abwerfen? Links. Äh, okay. Dann mach mal B wieder. So, dann geht's jetzt ab zur Strafkammer. Wieso kann ich die nicht wieder... Achso, Z, Transportstellung, Arbeitsstellung. So, ich fahr jetzt Geld hast du holen bei Jonas, ne? Ja, mach das. Ah, wir müssen ihm noch 1500 Euro überweisen. Äh, ich hätt' ein Standbild. So. Dann tue ich ihm gleich 3, 5 überweisen, okay? Für was? Äh, ne, äh, nicht 3, doch, 3. Ne, 4, 5, wenn. Das wären 3. So, Stroh ist auch erledigt. Ne, 3 wären 2. Genau, 3 wären 2 und 4, 5 wären 3. Stroh ist auch erledigt. Weil ich, äh, tue ja jetzt grad, ähm, noch diese holen und keine Gärgeste. Mhm. Deswegen, die zweite Fure Gärgeste holen wir wahrscheinlich diese. Nein, weggefahren. Ja? Habt ihr 3 überwiesen? Ja, für was? Das frage ich mich grad, wie ich... Für was jetzt? Also, hier haben wir Gärgeste überwiesen, weil ich bin grad auch... Ja, ja, Gärgeste haben wir überwiesen. Ach so. Vorher hab ich's einmal vergessen und jetzt holt grad Nick nochmal. Ach, du hast schon nochmal geholt, ja, Moin. Ja, Nick muss grad nochmal. Ja, wir werden auch noch öfter, wir werden auch noch öfter holen. Wir werden auch noch öfter holen. Ich hab nicht mal ein halbes Vorgewende gemacht, die Gärgeste waren schon leer. Ja, grüße. Ja, grüße an dein größtes Feld, gell? Wieso ich? Warum, weil du hast gesagt, äh, äh, größtes Feld muss es sein. Ja. Ja, deswegen machen wir das jetzt am Anfang und nicht, wenn wir schon Feld 12 besitzen. Oder Feld 13 oder Feld 11. Äh, meinst du ja Feld 13 und Feld 11. Der könnte jetzt zu dritt arbeiten, alter. Ja, auf jeden Fall. Einer fährt Gühle auf dem Feld und die anderen zwei machen Zubringer. Ja, ja, klar. Ich mach jetzt grad Zubringer. Wird ein Unimog. Universalmotorgerät. Äh, was läuft denn da grad an Geld runter? Diesel. Neckar für Diesel. Ah, okay. Für die Trocknung. Ja. Das waren 4.000 Euro. Okay. Ist noch da? Ja, 4.600 Euro. Ich bin noch da. Wo ist die raus? Wofür waren jetzt die 3.005? Für den... 3.000 fahrst du... 3.000 fahrst du, ich stelle. Also einmal, was ich geholt hab, grad, er vorher... Was kostet denn so eine Füllung? 3.000 Euro? 1.000 Euro. Nein, 1.500 Euro. Aber er hat gleich für Nick mitbezahlt, der jetzt gleich was holt. Ja, genau. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Ich weiß nicht, ob du mich schon siehst. Ach so. Ja, nee, noch nicht, aber... Ich weiß, wo du dich aufhalten müsstest. Ich seh schon. Der fährt grad an die vorbei. Ja, ich seh ihn auch. Ich hab Spaß mit meinem Helfer-Zee. Ja, wieso? Ja, weiß ich nicht, der ist irgendwie ständig voll. Sag kein Wunder. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich wenigstens ein bisschen Zeit zwischendurch habe, wenn der Sonnenblumen drischt, aber nö. Was machst du dann? Äh, ich düngen währenddessen schon. Das fällt. Jo. Denkst du schon? Ja, das ist jetzt schon größtenteils abgeerntet, deshalb. Bei Jonas geht das schlag auf. Ach so. Das ist ja gar nicht mehr viel. Ja, ja, ich lass den Rest, den Rest hab ich jetzt, also ich hab anfangs auch selber gedroschen und dann hab ich das zum Helfer überlassen. Das ist die Frage, Jonas, da hol ich die Gärreste raus. Muss ich da rückwärts rein? Links neben der BGA. Wo fährt nun dein Helfer überhaupt rum? Ja, weiß ich nicht, was du da machst. Ich wär rückwärts rein, mein ich. Ich weiß nicht, ob du da rückwärts rein, ich glaub, du musst sogar vorwärts rein, weil dieser Spielstutzen da ist vorne. Toll. Helfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Grüße gehen raus. Das seh ich anders. Das seh ich auch anders. Das seh ich auch anders. Ach du Scheiße. Den Namen kann man ja nicht mal aussprechen. Der heißt Notz Pifer-Retabolt. Ja, reicht dann auch wieder mit Zunge. Jo, kannst du ihm eine Antwort geben? Danke fürs Follow oder so? Nee, geht nicht. Aber der sieht doch bestimmt die Folge. Danke fürs Follow. Vielleicht sieht er die Folge. Vielleicht sieht das ja gerade. Ich weiß es nicht. Hey, kannst ja diese Aufnahme. Ich wage es nicht zu bezweifeln. Wollten wir hier eigentlich auch mal ein Lifestyle machen? Weiß ich nicht, ob wir das wollen. Weil das haben wir doch mal irgendwann angerissen, oder? Hast du vollgekriegt? Jo. Auch 30.000. Niklas, wo hast denn du denn diese geholt? Ah, Scheiße. Oben bei der Tankstelle. Oben bei der Tankstelle? Wo ist denn deine Tankstelle? Ach, da oben. Jawoll, es hat mal wieder gelegt. Und jetzt häng ich auf dem Zaun. Ich mag mich. Starker Bauer an. Warte, eigentlich nicht. Sonst gibt es nämlich eine Strafe. Du kannst es doch eh nicht anmachen. Eben. Warte mal, ich komme mal kurz vorbei. Ja, also... Du kannst den starken Bauern doch eh nicht anmachen. Das kann doch nur der Lickler... Ah, Ende, 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 Ende. Das kann doch nur der Dings, oder... Kann doch nur Jonas, oder nicht? Ja, natürlich. Das hast du toll gemacht. Warte, 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 warte. Junge, es hat gelegt, das muss ich mir angucken. Das muss ich mir jetzt angucken. Es hat gelegt. Kannst du ein Foto von machen? Fand, nee. Stimmt. Ey, wehe. Hör auf! Wo bist denn du da oben? Das ist eigentlich beim Skorpion eingelinkt. Mama, geh mal, steh mal weg. Steht euch mal weg. Oh, nee. Auß, nein, hör auf! Außendbild! Hör auf! Nein! 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 Was denn? Was hast du denn vor? Hör auf! Er will einen Skrinshot davon machen, der Sack. Hör auf! Lass es bleiben! Ich schreib hin, er hat es geschafft. Mach dir der Griesbach-Self-Game kaputt. Hör auf jetzt! Du für dich starken Bauer anmachen und das Ding da rausholen? Ja, mach das! Schau mal! Helmut, steh mir nicht im Weg! Was hast du denn wieder? Junge, hör auf, Alter! Das ist nicht witzig, Mann! Doch, das ist witzig! Nein, hör auf! Doch! Mach das, was der Stefan mit dem Paparazzi gemacht hat, Alter! Du erzählst doch nur, dass der Niklas dann nachher draufgefahren ist! Hehehehe! Okay, gut! Ich mach noch so ein Tempo weniger! Ey, du weißt schon... Nick, du weißt schon, dass das alles noch in der Aufnahme ist! Ja, die Aufnahme ist Ende! Ne, die Aufnahme ist noch nicht zu Ende! Ich würd' sagen, euch noch... Wieso hast du deine scheiß Aufnahme denn immer noch nicht beendet? Noch einen schönen Samstag, euch! Junge, Alter! Es war Ende! Also dann, tschüss! Haha, tschau! Wieso kann ich ein Dis...